so ihr lieben herzlich willkommen bei jens von minga gaming ich grüße euch recht herzlich auf unserem kanal und möchte euch heute ein weiteres video mal zeigen zum e-sports boxing club ein box spiel auf das ich mich unheimlich freue ich hoffe dass es dieses jahr noch rauskommt das soll aber jetzt gar nicht so direkt das thema sein sondern ich möchte euch mal zeigen was sich da im thema des rosters getan hat und zwar ich verfolge das spiel schon seit mehreren monaten mit ich habe ja auch vor einigen monaten mittlerweile kann man ja auch sagen ein preview video auf dem kanal veröffentlicht es kam auch gut bei euch an viele haben ja drunter geschrieben endlich ein neues box spiel ich sehe das ganz genauso ich habe da eine riesengroße erwartungshaltung weil dieses spiel in sämtlichen belangen richtig gut zu werden scheint und ich glaube auch bevor wir jetzt hier ans thema selber gehen vom video ich glaube dieses spiel ist aus einer community heraus entstanden von box fans ja das ist erstmal die basis dessen aber das soll jetzt bloß mal ein kleiner sekundärer fakt sein und ja okay ihr seht jetzt hier die homepage die könnt ihr auch ergoogeln ich kann sie euch auch sagen weil sie jetzt hier auf diesem bildausschnitt nicht so drauf drauf zu sehen ist das ist www.esportsboxingclub.com aber anhand von e-sports boxing club findet ihr sie auch schon und ich möchte sie euch mal ganz kurz zeigen hier könnt ihr euch ein bisschen alpha gameplay anschauen das möchte ich euch jetzt hier aber nicht zeigen was ich schon mal extrem geil finde bei meinem preview video hatten wir hier links ich müsste zwar jetzt auch schauen aber ich glaube so bei 60 bis 65 lizenzierte boxer sie sind also mittlerweile was das angeht schon bei 100 boxern und es sind noch weitere geplant und ich möchte euch wie gesagt jetzt mal den aktuellen roster zeigen der schon im prinzip dann lizenz technisch den weg ins spiel finden wird sieben titel haben sie auch drinnen und ja wie gesagt 50 attribute die jeden boxer zugeordnet werden um ein so individuelles gameplay wie möglich zu gestalten das sind so jetzt im prinzip erst einmal die eckdaten dieses spiels was sich aktuell noch in der entwicklung befindet ich zeige euch mal so ein bisschen hier die erste seite der homepage hier gibt es ein paar bilder zu sehen sehr sehr genial muss ich sagen gefällt mir unwahrscheinlich gut hier unten seht ihr auch für welche plattform es rauskommen wird für steam für xbox und für playstation ich glaube dass die beiden konsolen nicht die neueste generation entwickelt wird sondern die aktuelle noch das eine wird das andere aber vermutlich nicht ausschließen vielleicht mit einem update vielleicht gibt es sogar zeitgleich dann auch sogar die next gen version das wäre mega genial eins kann ich euch an der stelle versprechen sobald dieses spiel rauskommt für die playstation 5 oder 4 bin ich am start ich werde das definitiv voll supporten wer kennt es nicht die electronic arts ableger fight night extrem gute sportspiele muss man sagen und das sieht hier aus zumindest von den rahmenbedingungen dass das ein richtig gutes werden kann ich will euch mal zeigen was es jetzt schon mittlerweile echt für geniale boxer gibt die hier lizenz mäßig den weg ins spiel gefunden haben hier seht ihr es zum beispiel mohamed ali sugar ray robinson joe frazer also sind einige dicke namen dazugekommen seit meinem letzten video da hatten sie es aber auch schon angekündigt ich scroll mal hier runter das ist richtig interessant muss dazu sagen in der frauen boxing welt bin ich überhaupt nicht bewandert aber bei den herren sind schon einige sehr namhafte boxer dabei könnte mal so ein bisschen hier mitschauen ich gucke mal ob ich jetzt rechts hier das ganze thema so ein bisschen besser begleiten kann genau dann hackt das nicht so also sind schon unglaublich viele charaktere dabei 100 mittlerweile schon und sie haben noch platz nach oben definitiv ja wir werden auch gleich mal dazu kommen während ich euch mal so ein bisschen den kader zeige was mir jetzt einfallen würde wer noch dabei sein könnte wen ich mir wünschen würde bin natürlich auch boxfans ein bisschen aus den 90er jahren in deutschland henry maske rocky jani gut den mochte ich jetzt nicht so aber rein sportlich betrachtet hat er ja auch gute kämpfe gebracht dann der tiger da ist michael schewski also gab schon richtig geile boxer auch in deutschland muss ich sagen die beiden da ist michael schewski und henry maske sind zum beispiel nicht drin keine ahnung ob sie bestrebungen haben die auch noch an bord zu holen im sinne des box sports sicherlich würde ich mega interessant finden aber ihr habt ihr jetzt hier schon ein paar dicke namen gesehen mohamed ali joe frazer also das sieht nach einer richtig coolen sache aus muss ich ganz ehrlich sagen freue mich mega aber ich glaube es ist angepeilt ich könnte mir sicherlich vorstellen dass man steam sicherlich open beta vielleicht den weg gehen wird dass man sich dort community feedback holt wie gut denn das spiel wirklich schon ist ich weiß es nicht vielleicht gibt es sogar auf den konsolen die möglichkeit dann irgendwie beta mäßig da was anzubieten mich wird es persönlich sehr sehr freuen bin jetzt schon heiß auf dieses spiel und werde da mir dann sicherlich freiraum schaffen um hier euch auch schönen content dann anzubieten wenn es rauskommt das ist schon eine klasse sache wie gesagt bei den frauen bin ich ehrlicherweise nicht bewandert nicht so wirklich also keine der damen sagt mir was bei den boxern ist das relativ unterschiedlich da gibt es schon auch gerade in den ersten reihen gab es natürlich boxer die mir auf jeden fall was gesagt haben also was würde ich mir wünschen henry maske graziano rockigiani warum denn nicht da ist michael schewski um mal einige namen speziell aus deutschland zu nennen und ihr werdet gleich ganz unten sehen was mich jetzt schon extrem freut dass sie lizenzmäßig schon safe dabei sind ich zeige es euch gleich ihr könnt euch fast schon denken ich will es aber noch nicht verraten aber wie gesagt sie sind ja dabei hier den kader im prinzip wöchentlich oder monatlich müsst ihr immer mal wieder reinschauen wie gesagt wir haben aktuell jetzt 100 charaktere dabei und sie sind ja dabei auch weitere lizenzen an land zu ziehen und das ist eine unglaublich coole sache und verbunden mit diesen sehr individuellen gameplay könnt ihr euch mal dieses diesen dieses alpha footage angucken auch was die fußarbeit und sowas angeht also das könnte sicherlich ein box spiel werden wie es die welt noch nicht gesehen hat ich möchte jetzt nicht zu hoch in die wolken greifen aber ich glaube das kann man schon durchaus so sagen also hier seht ihr es sind schon ein paar platzhalter drin aber keine sorge hier kommen noch ein paar leute und ich freue mich extrem dass ich sie euch hier schon zeigen kann ich bin mega heiß ich finde die beiden jungs wladimir und vitali klitschko gehören zu den großartigsten boxern auf dem court also im box ring und auch neben dem box ring zwei unheimlich sympathische kerle die einfach geradlinig sind die sich nicht nur für den box sport engagieren ich freue mich mega dass ich einfach jetzt schon weiß wenn ich mir das spiel hole sind einfach die beiden schon dabei ja mohammed ali was würde mir jetzt eigentlich einfallen natürlich noch ein paar amerikanische schwergewichte wie iron mike tyson sicherlich ivanda hollyfield dann der engländer beziehungsweise brite lennox louis also ich bin mir schon sicher dass sie das mit sicherheit auch probieren werden und die lizenzen die es jetzt hier schon ins spiel geschafft haben sieht ja schon wirklich vielversprechend aus ich finde es mega cool und werde hier auch für euch am ball bleiben und wenn es hier auch wieder was zu berichten gibt zu dem spiel dann werde ich euch das auch sagen ja gibt immer mal wieder ein bisschen auch auf youtube gerade von den amerikanern zu sehen ich glaube das ist ja ein spiel was in den usa entwickelt wird hier und da sieht man immer mal so ein bisschen auch gameplay schnipsel aber ich habe jetzt nicht wirklich neues entdeckt auf youtube könnt ihr mal gucken aber wie gesagt ich denke mal das was ich euch hier jetzt schon so ein bisschen präsentieren man kann schon so ein bisschen glaube ich ganz gut erkennen dass hier wirklich leute am start sind die dem box sport offensichtlich sehr verbunden sind und wie gesagt gefällt mir unheimlich gut das lässt sich schon sehr sehr gut an was man hier alles so liest und sehen kann und ich hoffe auf jeden fall noch dass man hier dann vielleicht im herbst oder winter 2021 den release dann hoffentlich auch starten wird mit dem spiel speziell auf den konsolen ich würde es schade finden wenn man hier eventuell den weg geht das weiß ich natürlich nicht vielleicht das spiel zuerst über steam zu veröffentlichen und dann kommen die konsolen versionen später das ist natürlich dann immer für einen persönlich wie für mich natürlich dann auch schade weil naja klar weil man natürlich dann schon auch was sehen kann auch wenn es in gänsefüßen nur die pc version ist und naja schauen wir mal also wie gesagt das sieht mir alles sehr sehr gut aus ist eine runde sache wie ich finde wie gesagt ihr könnt euch diesen trailer mal anschauen auf jeden fall sehenswert und ich denke er zeigt auch schon ganz gut mit englischsprachigen erläuterungen auch hier und da in welche richtung das geht also das scheint mir eine ganz ganz feine sportsimulation zu werden und ich gehe sogar so weit auch als pes 2022 fan der ich natürlich jetzt schon bin und auch dieses spiel geht im herbst an den start ich könnte mir dennoch fast vorstellen dass das überhaupt im bereich der sportspiele in 2021 die große qualitative überraschung werden könnte jetzt unabhängig anderer großer titel sag ich jetzt mal wie gesagt ich behalte das im auge wenn es wieder was zum spiel zu berichten gibt dann gerne natürlich auch auf unserem kanal das wisst ihr ja und ich hoffe euch hat dieser kleine ausflug jetzt wieder gefallen wenn es dicke fette namhafte änderungen im roster in den nächsten monaten gibt dann werde ich das auf jeden fall für euch auch in einem video dann wieder vorstellen und ansonsten bleibe ich hier auch am ball was previews mögliche demos und release natürlich angeht und ja ich hoffe euch hat das video gefallen lasst doch gerne einen daumen da lasst gerne einen netten kommentar da und natürlich auch gerne euer kostenloses abo wenn ihr unseren kanal durch dieses video zum beispiel entdeckt habt wie gesagt ab release dieses spiel auf der konsole dann bei uns auch sehr umfangreich zu sehen ansonsten im moment natürlich auch viele andere themen auf dem kanal viel spaß dabei dankeschön fürs reinschalten ciao und servus euer jens von minga gaming словend missions burst nur 3 und yo und hier und